Paradigmenwechsel, der Wertewandel in unserer Gesellschaft. Wir haben es ja vorhin in der wissenschaftlichen Beschreibung schon, wurde das ja angedeutet, in den immer schnelllebigeren Zeiten mit immer mehr Informationsüberflutung und Verunsicherung. Die Zukunft ist unsicher. Geld wehren unsicher. Arbeitsplätze, unsicher. Staaten, unsicher. Eine Krise der Werte. Nichts mehr ist garantiert. Zu meiner Zeit noch ist mir früher in die Ausbildung gegangen, hat dann angefangen zu arbeiten, hat ein Leben lang dann irgendwie das gemacht, das Haus finanziert und die Familie und so. Der Job war ein Leben lang da, heute. Nichts mehr ist garantiert. Darum geht es auch bei den Marken darum, der Gesellschaft das zu geben. Denn die hat eine latente Suche, Sehnsucht in der Gesellschaft nach dem heiligen Kral. Das sind nämlich die Dinge, die uns wichtig sind in Beziehungen, nämlich Ehrlichkeit. Beständigkeit, Wahrhaftigkeit, Authentizität, Sicherheit, Zuverlässigkeit. Denn das sind alles Basiswerte für Vertrauen und eben dann eben auch für eine Markenbeziehung, auch in jeder Beziehung. Und gerade heute, in ihrer Generation, wo über Social Media jede Menge Information, wenn sie enttaten ist, sofort verbreitet ist, sind diese Werte noch wichtiger, dass sie auch nicht nur irgendwo da drauf geschrieben werden, sondern dass sie wahrhaftig sind, dass es gelebt wird. Paradigmenwechsel der Wissenschaft, zitiere ich jetzt wieder, Wertewandel in der Gesellschaft. Durch den Wertewandel sind Marken heute wichtiger denn je. Denn nicht zuletzt, weil wir zu der Zeit eine Rückbesinnung auf basiswertige Qualität, Verantwortung, Ehrlichkeit und Berechenbarkeit erleben. Eine der wesentlichen Funktionen der Marke in unserer Zeit ist also Vertrauen zu schaffen. Und damit Verbrauchern Orientierung zu geben in einer Welt, die immer unübersichtlicher wird. Früher war Geizgeil, heute liebende Lebensmittel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.